Herzlich Willkommen zurück! Das ist die Forst! So, haben wir mal deine Baumstämmchen? Ja, warte, ich muss jetzt mal was essen, weil sonst... Akaki ist hier voll. Ist der jetzt schon voll? Ich hatte ja noch zwei Fleisch zum Hinhängen, voll geil! Sehr gut! So. Die ganzen kleinen Steinchen hier, die muss ich mal rauswerfen. Die Nerven eigentlich, was kann man ja eigentlich voll übel, ne? Kann man die irgendwie weglocken damit, oder so? Die Eingeborene oder die Tiere herlocken, oder? Ne, 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 ich glaube eher vielleicht kann man damit Tiere abwerfen. Keine Ahnung, ich habe echt ein kleines Kiesesteinchen. Na, ich weiß, das ist ein Pasen, oder sonst. Das ist wie die Tennisball, aber... Eins muss ich sagen, das ist der Typ, ne, also der uns letztes Mal mit Feuer beworfen hat. Ich glaube, der hat den Tennisball in der Hand und hat den angezogen und auf uns geworfen. Das war aber auch. Mhm. Alles läuft doch so voll geil eigentlich. Wie fahr ich denn? Also fährst du ein bisschen, ein bisschen weiter, ja genau. Noch ein Stück. Ja genau. So ist gut. Und weiter geht's. Langweilig für den Tennisball auch grad ein bisschen, aber... Geht er auch gezogen. Aber es geht ja flott. Ich habe dir die ganze Zeit... Alter. Ich war voll verschwommen, weil es... Kennst du The Flash? Äh ne. Siehst du grad ein bisschen aus, so... Als würde sich in Hyper... Hypergeschwindigkeit bewegen hier. Weil die ganze... Tun wir doch auch. Hm? Tun wir doch auch. So, ja stimmt. Hast du auch wieder aus. Na ja, ist ja gut. Hinten sind wieder zwei... Drei. Sollen sie da hinten verrotten. Sehr schön, weiter. Machst du gut. Dankeschön. Wir müssen dann aber noch gucken, wenn wir so ein Tor bauen irgendwann. Also wenn wir das Haus gut fertig haben. Ja, warte, man kann ja auch ein großes Floß bauen. Ich frag mich, ob man auf das große Floß dann irgendwie was draufpacken kann. Echt? Kann groß... Ja, wir haben jetzt dieses kleine Floß gebaut. Na ja. Echt, da gibt's ein großes Floß? Jo. Achso, kann man das dann... Was geht's los? Dann Doc, Largeroft und Hausboot. Largeroft? Ne, 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 Largeroft ist eigentlich doch nur so ein, äh... Ach doch! Alter, was ist... Was? Zum... Was? Weiter geht's. Ja doch, Largeroft ist doch ein großes, glaub ich doch. Da hast du recht, ja. Ich seh gerade, du stehst in mir drin. Ja, jetzt geht's. Alter, was ist denn das? Ich seh mich nervös. Weißt du, du bist so verschwommen und es sieht so aus, wie du dich ganz schnell so zittern, so... Und das ist dann so schnell, dass du unscharf wirst. Bauer du mal lieber. Lieber. Alter, ich bin voll geil, man. Ich glaub, das hätte ich... Ich weiß nicht, ist das schon der Eingang oder ist es da hinten nicht? Ne, sehen wir gleich. Ne, gut, weil man jetzt auch Tische und so bauen kann, ne, da kann man das ein bisschen einrichten dann. Ja, aber das ist halt so klein, ne. Es wäre halt interessant, ob wir dann... Alter, der hat bloß jetzt nicht so gefahren. Bin ich dann... Hast du auch nicht so verachtet. Ich nehm mal schnell ein von den anderen von unseren Ersatzdingern, weil... Ja, wir können jetzt ja schnell leer machen, das ist ja... Müsam, ne, aber... Ja, aber wie... Also, alleine hast du da verkackt, alleine kannst du sowas nicht brauchen, ne? Stimmt, außer man kann das dann wirklich irgendwie bewegen, dann. Guck, ist da jetzt der Eingang? Ja, doch, da ist der Eingang, ich hab's richtig gemacht. Und rechts ist doch wahrscheinlich Anlegestelle dann, Fluss. Ja, vielleicht, ja. Und jetzt, warum trägst du oben? Da fahr ich vorwärts rein. Das ist schon ge... Alter, von Bete, wie geil das aussieht, unsere Wall hier. Voll geil. Ui, ja. Voll am Meer. Ja, das... Alter... Was ist so... Hallo? Was ist das jetzt? Ja, komm, Hals drauf. Stell dich halt nicht so an. Eiskraftvoll verschwommen, ja. Ja. Wie viel brauchen wir denn noch? 30. Ach Gott. Was? 30 noch? Ja, 12 haben wir schon. Mann, dann dauert doch ein bisschen länger als erwartet. Ja, ein bisschen. Ja, weil wir bringen immer nur zwei rüber, ne? Man kann halt auch nicht mehr tragen. Ja, wir können ja dann auch irgendwann mal dieses große Teil ausprobieren und dann sehen wir ja, ob man damit wirklich dann... Ja, bevor wir das jetzt bauen... Ja, klar, das ist natürlich jetzt... Wir können sie irgendwann mal ausprobieren. Ja, schön. Ja. Nein, halt. Das jetzt weiter geht's. Wir müssen nur noch das Tor bauen, dass man mit unserem Lokteil dort nochmal durchkommt. Ja, das habe ich ja vor gemeint, aber... Das können wir dann ganz am Schluss mal so schlimm ist es jetzt nicht die paar Meter muss dann doch noch laufen. Ja. Mal praktisch besser, wenn wir ganz durch rüberkommen. Da können wir sogar zwei bauen und ein für dich, einfach nicht und so, weißt du? Ja. Nimmt langsam Gestalt an. Ja. Voll geil. Oh, da laufen sie wieder. Ja, die laufen direkt auf unsere Mauer zu. Ja, ich bin... Ich seh's auch grad. Und einer krabbelt auf allen Vieren. Ja, das sind die Kannibalen. Aber sind die Eingeborenen nicht automatisch Kannibalen irgendwie? Ja, die sind alle... Ich weiß es nicht. Es gibt ja Mutanten... Aber wieso heißt eigentlich Kannibalen? Wir sind noch die einzigsten Menschen, die da abgestützt sind, oder? Ne, die haben sich sogar... Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, aber in der vorherigen... Also, äh... Früher haben sie sich gegenseitig gefressen. Also, ich hab mal ein bisschen Kronk geguckt und da... Ach, stimmt. Die Leichen locken ja welche an, ne? Ja. Die ersten haben sich ihre eigenen Toten, oder? Ah. Ja, ich glaub, Dennis und außerdem... Ähm... Haben die sich dann teilweise gegenseitig angegriffen. Herr Kronk hat teilweise nur zugeguckt, wie die gekämpft haben. Und dann hat er... Muss er nix machen. Okay. Ja, dann müssen wir mal... Vielleicht kriegen wir's ja selber noch raus irgendwie... Ob's da jetzt vielleicht so zwei Fraktionen gibt. Die Eingeborenen und die... Ja, ich hab da mal... Ich hab da im Internet mal auch was gelesen, dass es da so die und die gibt. Und die laufen eher zusammen und die sind eher die Alleingänger. Äh... Und aber... Die kämpfen auch teilweise gegeneinander. Aber ich glaub, irgendwie haben sie das rausgefixt oder so. Also, dass die... Dass die nicht mehr so viel gegeneinander kämpfen. Weil teilweise kann das wirklich zugucken und die haben sich gegenseitig... Äh... Weggeschmetzelt und hört das Ruhe. War schön eigentlich. So eine Fuhre noch und dann müssen wir... Holz holen. Hätten wir eigentlich vielleicht vorher machen sollen. Vielleicht vorher Holz holen und dann nachts so... Ah ne, nachts wollen wir ja immer schlafen. Ja, weil wir da wieder frieren. Ja, wir frieren da und... Ich glaub das auch von der Zeit her vielleicht ist... Regelmäßiger Schlaf ist vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht. Wird schlafen berücksichtigt in dem Spiel? Das nicht. Irgendwie kommt es mir schon so vor. Weil immer... Irgendwann mal bin ich halt doch sauschwach und... Was? Man verliert halt... Man verliert halt... Man verliert halt... Ausdauer und so... Komm nicht mehr hoch. Stell dich mal an. Ich komm... Ich... Wo ist es... Ach da. Du bist du... Komm halt... Weiß es nicht. Ich bin schon im Wasser. Ich komm nicht mehr hoch. Du schwimmst doch. Hier komm. Warum? Voll schwer war ja immer... Das ist... Der kann irgendwie nicht schwimmen, der Typ. Und dann tauchen... Immer wenn ich dann oben bin und nach vorne will... Tauch dir wieder ein, weißt du... Dann sehe ich nichts mehr. Kommt voll schwer nach oben. Ach so, okay. Ja. Das ist echt schwer. Ich müsste mal kurz was trinken. Alles klar. Aber wir müssen eh jetzt locken. Pass schon, komm. Ja. Trink was, dann holen wir Locks. Oh, ist die erste schon richtig voll hier. So. Ja, langsam haben wir richtig schöne Vorräte dann. Ja, jetzt langsam geht's... Geht das Spiel voran, ne? Ja, raus. Nehmen wir das hier weg. Ne, das machen wir zum Schluss erstes Hausboot. Ja, ne, aber die Locks kann ich dann trotzdem mitnehmen. Ach, wir haben hier noch auf Alter. Was ist denn hier los? Dann ist der Weg ein bisschen kürzer. Kannst du dann schon eins haben? Hier liegen noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Mal vergessen gehabt. Bis haben wir sie schon mal einig. Heute schon mal in der nächsten. Gibt es eigentlich, macht es einen Unterschied, ob Bäume dicker oder dünner sind? Wie lange es Fällen braucht? Hast du da schon mal irgendwie mal was? Hm, also ich glaube dickere Bäume brauchen wirklich länger. Meinst du? Ja, also ich glaube so kleine Bäume kriege ich schon wieder weg. Ich gucke immer wieder auf diesen Baum da hinten, ob da die Kannibalen irgendwo rumlaufen. Aber da laufen sie gar nicht mehr so oft rum. Nee, allgemein jetzt sind sie auch die letzten zwei Nächte was. Also ich glaube das Schlafen bringt es echt brutal, ja. So wenn wir dann Wetter, dass wir immer überspringen. Ja. Weil es kann echt sein, dass die da irgendwie dann ein bisschen aufmerksam mehr werden oder so. Wo hast du denn einen Locker? Ach da. Der ist schon voll. Okay, dann nehme ich noch 200 Hand mit. Komm, der eine, also da könnte man noch einen drauflegen. Also der ist voll in der Wetter eigentlich. Irgendwie schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 10, 11 passend drauf. Oder kannst du noch einen draufpacken? Zumindest habe ich es halt nicht geschafft. Nee, normal nicht. Das ist echt Ende. Ja. Ach, ich habe keine Sticks, okay. Ich habe auch keine Sticks. Sticks muss man auch mal wieder ein paar sammeln. Ja, es geht aber eigentlich, ne, mit dem Tor. Mal die zwei Meter da. Ja, ne, doch, das passt schon. Ey. Ja, komm, geh durch. Ach, du bist schon durch. Ja, komm, geh durch. Ach, du bist schon durch. Ja, du kannst doch wieder was trinken, hm. Ja, du kannst doch wieder was trinken, hm. Ist doch was da. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich auch noch Hälfte Ausdauer. Ich könnte vielleicht auch mal... Aber ich weiß noch weniger als die Hälfte. Wo ist denn Wagen? Hier, ich bin. Wir kommen auch immer irgendwie immer näher, ne. So, das ist... Immer näher dort in Richtung, wo die ganze Zeit die kannibalen Orden sind. Ja, aber irgendwie greifen die uns auch am Tag jetzt nicht mehr an. Ich bin verwirrt. Ja, das ist wohl voll schwer und so. Vielleicht kommt da... Vielleicht gab es immer so... So eine Nacht, wo... Also am Anfang ist es nicht so schwer, ne. Ja. Dann kommt ein Moment, wo es extrem schwer ist. Da, wo die meisten vielleicht sterben oder so. Und dann wird es wieder kurz ruhiger, wenn du die erste Welle bestanden hast. So irgendwie... So, könnte es... Ja, vielleicht. Wellenweise so. Immer so nach sechs Tagen kommt die erste Welle. Dann hast du wieder die Ruhe. Ja, weil das wäre echt krass, wenn es wirklich jede Nacht stärker werden würde. Ja. Das wäre echt... Dann vielleicht hast du immer so Wellenweise und dann hast du ein paar Nächte, um zu bauen, beziehungsweise so ein paar Tage. Weil die haben immer ja noch eine Schwierigkeitsmodus normal drin. Und nicht schwer, dass sowas also. Ja, schwer gibt es gar nicht. Es gibt es peaceful. Ich weiß, wie bei peaceful kann es glaube ich einfach nur Bauer. Da gibt es keine Gegner. Aber vielleicht ab bis zu langweilig. Nach einer Zeit. Ja, das kann ich mir eben auch... Weil ich kann es einfach ganze Nacht durchbauen und so. Ich glaube, das ist... Da hat der Sinn des Baus. Also, da hat der Bau keinen Sinn. Ja. Nimmst du den Lockholder? Da passt nichts mehr rein. Also. Mhm. Nimmst du den Lockhold in... Lockdingster. Du weißt, was ich meine. Die Lockschieber. Trinken. Guck, ich hab gar kein Durst, aber ich muss was trinken, weil sonst das... Normalträgen bringt gar nichts. Du brauchst so'n Scheiß. So'n Scheiß-Hoder-Ding. Oder so'n Energy. Wir sind jetzt einfach mal so'n Snack zu nehmen. Ob das auch... Ich glaube, Snack müsste auch... Ja, das funktioniert, aber es macht nicht ganz voll. Ein bisschen bloß. Das ist ein bisschen blöd. Kann man dann was selber machen, was Energie bringt? Ja, wie gesagt, man kann ja... Medizin machen und so Energie... Ja, Medizin bringt ja nichts. Energy-Dinger. Echt? Die Energy-Dinger, die wären gut. Die müsste man vielleicht mal machen. Wart, ich schau' mal ganz kurz nach. Wie man die macht... Ähm... Ähm... B-b-b-b-b... Genau, ähm... Marigold, Aloe und Cornflower. Super-Energy-Plant. Shikory. Also Marigold hab' ich. Coneflower... Shikory... Also, gut, also... Heilsachen kann man besser herstellen als... Ach, halt... Shikory... Coneflower. Wart, ich schau' mal schnell, ob ich sowas irgendwie hab. Ah, falsch das. Leaf. Alter, ich hab' 326 Leafs. Nice. Da hab' ich 230. Ah, guck. Aloe Vera, 9. Coneflower, 7. Shikory, 4. Ah, ich kann sowas herstellen. Soll ich jetzt Medizin herstellen oder Energie? Energie ist fast irgendwie wichtiger... Hm... Super-Energy-Plant. Coneflower, Shikory und Aloe... Machen wir das mal... Coneflower... Loe Vera... Shikory... Energy-Mix plus... Combine... Remove... Energy-Mix can be eaten to greatly increased stamina. Ach, ich kann das ja... Warte, ich kann das ja... Ne, warte, ich nehm' Silver mal. Ich hab' selber keine Energie... Ja, ich nehm' selber mal. Kannst du's nicht droppen oder so oder fallen lassen? Ne, irgendwie... Oh ja, das ist sehr effektiv. Warte, ich mach' auch mal selber äh... Medizin. Ja, du blöder... blöder Sack, Alter. Du kannst's doch selber machen, du hast doch bestimmt auch so Dinge eingesammelt. Ich hab' nur Mariegold, mehr hab' ich nicht. Echt? Ja. Mann, 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 Mann. Komm, schau' mal, ob ich was finde. Verdammt, ich kann's nur nicht merken, was ich brauche. Äh... Super... Super-Health... äh... Marygold oder... Okay. Okay. Und sowas nicht. Ich find' mit komischen Büsche, die ich ein bisschen... aufschlagen kann, aber sonst... Weise schon wieder. Was hat sich ewig zweitweckern gehört. Ach, da ist nix rein. All die sind echt kacke, irgendwie, also zumindest... irgendwie kacke, irgendwie... kacke, irgendwie... für die Fallen, ne? Da hinten nie was rein. Nichts. Ja. Das ist problematisch. War's irgendwas? Hm... Ich muss mal was essen. Die Aluvera her? Wird's grad' dunkler? Ja. Glaub' ich schon. Was krieg' ich denn? Wieso kann ich jetzt... ...kein. Wenn du das nicht bekommst? Wieso kann ich jetzt? Jo-jah. Ja, ich komm' doch mal wieder in Richtung Haus, weil ich... ...das ist ein bisschen gruselig hier alleine im Wald. Guck... Ah, Rocks kann ich ja auch wieder mitnehmen, ne? So, aber mal Speer wieder in die Hand nehmen und dann versuche ich mal nur ganz kurz mal die Fische. Ich meine, wollen wir noch ein paar Fuhren machen, bevor wir schlafen gehen, oder? Joa, kann ja nicht schaden, oder? Ja, obwohl, es wird schon ziemlich dunkel, ne? Aber es ist ein Zoo, ich denke, das sind wir nicht, ne? Warte, ich speichere lieber mal. Ne, wir können eh noch nicht schlafen. Müssen noch ein bisschen Zeit verdrödeln. Aber es spawnen die ganze Zeit so blüte Steine. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht Speicher macht, speichert das bei dir irgendwie vielleicht meinen Charakter? Ich weiß es nicht. Ja, es ist kein, glaube ich, nicht Schaden, da vielleicht mal ein bisschen. Komm, eine Fuhre machen wir, da können ja die Eingeborenen uns nicht stören. Ach so, die Fuhre hast du gemeint, ich dachte jetzt mit dem Ding nochmal holen. Ne. Das mache ich nicht mehr. Ja, bis mal, es sei mal wirklich am Verfrühen sind, am, äh, erfrühen sind. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr, weißt du, das ist, da gehe ich nicht in den Wald in der Nacht. Das ist, da gehe ich nur mit Ausdauer. Weil ich sehe, oh Gott sei Dank, sieht man das so. Oh, da kommt lang, da ist eine Treppe her irgendwie, noch nicht, ich habe es gesehen. Aber das Feuer sieht man halt echt extrem weit, ne? Aber die Mauer schützt das vielleicht. Ja, ein bisschen. Das ist vielleicht ganz gut. Und noch ein Dach drüber wäre vielleicht, hast du vielleicht gar nicht so ein Unrecht. Ich weiß nicht, ob die wirklich so auf, äh, Licht reagieren. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich denke schon, dass... Ja, ich kann es mir auch vorstellen, so, oh, guck mal, da hinten ist Licht, da müssen wir mal hin, ne? Ja, ich denke schon. Aber ich weiß nicht, soll man, wenn wir das Hausboot haben, soll man da auch noch ein bisschen, äh, also, am Strand auch noch ein bisschen ausbauen, wenn wir das Hausboot haben? Oder wollen wir uns dann hauptsächlich auf das Hausboot konzentrieren? Ne, was magst du denn bei dem Hausboot dann machen? Weiß nicht, wir müssen mal gucken, ob wir da theoretisch was ausbauen können. Vielleicht können wir ja irgendwie so eine Treppe aufs Dach machen und dann vom Dach her weiterbauen oder so. Na, gut, sowas vielleicht, dann, ja. Weißt du, irgendwie so, keine Ahnung, oder vielleicht kann man ja da so, äh, so Stege bauen oder so dran und... Stege bauen kann man, ja. Ja, vielleicht kann man das dort dran machen. Ich weiß es ja nicht, ob du da Boden brauchst oder ob das reicht, dass da so ein Hausboot ist. Nur halt dann gucken, ob man da was dran pflanzen könnten. Das wäre natürlich cool, ja. Ne, schau mal ja dann. Ja, das sehen wir dann. So, der Mond ist... Alter, der Mond sieht geil aus. Muss ich echt zeigen, wer sieht der... Hm, hat was. Wie lange wollten wir die Folge machen heute schon wieder? Wie lange sind wir jetzt schon? Ich hab's auch leider vergessen. Oh, scheiße. Aber so vom Bauchgefühl könnten wir schon langsam zum Ende gelangen, glaube ich. Also wenn wir vielleicht die Fuhre dann fertig haben. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, fünf... Ich weiß nicht, fünf Minuten noch. Bei einer Folge uns ist ja schon leider ein Misslohn von uns im Bauchgefühl her. Das waren statt 20, 25 Minuten nur 10 Minuten. Ja, da haben wir leider... Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Das ist... Normalerweise haben wir dann, wenn wir so verkacken vom Zeit her, dass wir überlänge haben, aber... Zu kurz war eigentlich selten. Ja, das stimmt. Ich weiß ja nie. Ja, weil ich eigentlich echte Angst immer habe, weil... Ja, weil wenn die Folge zu lang wird, dann... Dann dauert das Rendern und Hochladen und Bearbeiten so lange. Das ist das Problem. Und ich glaube, beim Zuschauen ist es vielleicht auch manchmal schöner, ein bisschen kürzere Folgen zu haben. Ja, vor allem bei Safari. Weil man hat halt auch nicht, ich sag mal, jeden Tag... Oder gut, jeden Tag leert man eh nicht hoch, aber man hat halt auch wirklich nicht so viel Zeit, um da jetzt wirklich da... Jeden zweiten Tag 40 Minuten da anzuschauen oder so. Ja, 40 Minuten ist sowieso da übrigens, vor allem für Safari ist. Ich glaube, da reicht... Weil, wenn du es zu lang anguckst, merkst du, hm, doch ganz schön langweilig. Ja, wenn du deine Musik 20 Minuten anguckst, denkst du, ah, cool, cool, und jetzt... Oh, jetzt hört's auf, okay. Ja. Freue ich mich auf die nächste Folge. Und dann hast du wieder so eine... Weil, wenn ich mir das vorstelle, wir hätten jetzt eineinhalb Stunden nur diese Mauer gebaut, das wäre... Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. Nee, aber falls ihr... Ihr könnt es ja eigentlich immer in die Kommentare schreiben, falls ihr jetzt lieber eine längere Folge haben wollt, oder kürzer. Ich glaube, 20 bei 25 Minuten ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber kann es sein, dass da vielleicht welche dabei sind, die sagen, nee, ich möchte jetzt zwei Stunden Folgen haben? Gut, werden wir wahrscheinlich nicht machen, zwei Stunden, aber... Nee, niemals. Also höchstens 40 Minuten. Ja, höchstens. Aber es ist eine Schmerzgrenze, aber ich glaube, 20 Minuten ist echt... Eine Folge haben wir eher, die 40 Minuten ist, ne? Ja, die erste Folge, die war... Nee, echt war das die erste? Ich dachte, die erste Folge, die war ziemlich lang. Und ich glaube, die zweite oder dritte, die war nochmal ziemlich lang. Die dritte war dann, glaube ich, nochmal lang. Da laufen sie. Sind die... Der ist gerade an von unserer Wall weggelaufen. Ja, der hat Angst gehabt. Die Wall, ich glaube, die Wall bringt es ein bisschen. Vor allem die ist auch ziemlich groß, ne? Die hauen dann vielleicht nicht direkt dagegen, weil wir direkt dahinter stehen. Ja. Ich glaube, wenn du an der anderen Seite der Wall bist, interessiert die das nicht. Und dann hauen die die Wall nicht kaputt. Das ist... Ja, das kann sein, ne? Dann laufen sie einfach vorbei, weil dann checken sie nicht, dass da jemand ist. Ja, vielleicht brauchen wir doch mal wieder ein paar Opfer, weil ich brauche noch ein bisschen Knochen. Ja, ich auch. Ich muss mal wieder ein bisschen Lauf polieren. Opfer. Opfer, du. Da hinten, sonst könnten wir den hinten da schnell holen. Ich weiß nicht, ob wir uns gerade beobachten, weil der da läuft. Der ist jetzt alleine, irgendwie. Darf die wieder zu uns vom Wall? Darf der da hoch? Wollen wir schlafen? Ne, komm, sechs. Sechs Dinge noch. Oder wollen wir es dann so Cliffhanger-mäßig, Cliffhanger-mäßig machen? Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, nächste Folge nochmal. Ja, ich weiß nicht. Gut, als ich müsste es langsam mal was essen und trinken, weil es ist ziemlich nicht Es geht bei mir noch essen, ist so. Ne, essen geht es ziemlich knapp jetzt bei mir. Ja, essen wird langsam auch runter. Es ist schon bis X-Star, aber sonst... Ne, bei mir ist es gleich leer der Morgen. Ich glaube, ich muss jetzt doch was essen. Bevor ich jetzt schade, wie die Folge doch wenn, weil ich weiß echt nicht. Ich kann nicht sagen, wie lange wir jetzt schlafen. Ich kann es echt nicht sagen. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich habe Schüler vergessen, auf die Uhr zu schauen. Das ist echt... Ich nicht, aber ich habe vergessen, wann wir auf die Uhr zu schauen. Oder witzig, ich weiß nicht. Oh, achso, du wolltest essen, ne? Vielleicht tun wir Sicherheit, sagen wir mal die Folge beenden. Ja, wenn es halt 15 Minuten sind, ist es okay. Ja. 10 Minuten werden es schon nicht gewesen sein, hoffentlich. Aber nicht, dass wir wieder Überlänge haben, ist auch scheiße. Warte, ich esse nochmal schon was, weil sonst verhungere ich wahrscheinlich während dem Schlafen. Jetzt glaube ich nicht. Ich würde niemals vor dem Schlafen was essen, weil das ist eigentlich völlig beschleunig. Mein Magen ist komplett leer. Sehr gut. So, jetzt kann ich schlafen. Speichern. So, wollen wir schlafen und dann? Ja, schlaf. Oder wir können auch jetzt eigentlich schon beenden. Können wir auch mal. Ja, beenden wir jetzt. Genau, dann wieder danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir mal unser Hausboot fertig und schauen wir mal, was wir denn noch so da zubauen könnten. Ja, genau, so machen wir es. Also, danke auch bei mir fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.